hallo ich bin oliver ich arbeite in der charité und bin ungeimpft und aber genesen beziehungsweise meinen genesenen status zählt ja nicht mehr weil jemand das einfach runter gesetzt hat egal jetzt gibt es den neuen totimpfstoff oder protein impfstoff und der wird auch an der charité für mitarbeiter verimpft und ja gute mine zum bösen spiel ich wollte es einfach probieren ein beratungsgespräch bin heute hin und habe dann gefragt ob ich denn auch ein beipackzettel bekommen kann für diesen impf totimpfstoff nova von novavax und jetzt ich habe ihn auch bekommen selbst der impf beratende arzt war beim auspacken überrascht er hat es aus einer original packung aus dem kühlschrank genommen bitte seht selber und macht euch euer eigenes bild kein fake ich drehe es mal um jeder kann sich jetzt seine eigenen gedanken dazu machen das video darf ich gerne geteilt werden tschüss ja